E-Rap noch, wenn man schreit. Ist ja auch immer cool. In Russland? Nice. Ey, du bist ja gar nicht dabei, ist das ja nett. Ja, das lädt wahrscheinlich nach Wasser. Naja, das... Gerade eben hat das Spiel das irgendwie nach 5 Minuten erst gecheckt, dass wir zusammen spielen. Jetzt siehst du ja die 4 Charaktere da, Schnabel. Und eigentlich müsstest du so gleich unten... ...einen auswählen können. Okay. Und wie gesagt, nimm mal am Anfang mal die M5. Ist eigentlich solide. Wie du sagst. Wer ist im Attack-Haley? Rico. Okay. Aber ich kann nicht spawnen. Was ist denn für den Müll, ne? Oder ich bin schon. Vielleicht ist er mal Supporter, hattest du gesagt, ne? Er ist Supporter und kann... Spielst du mit Angel? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie kann man das nochmal sehen? Ähm... Klar, auf Sammlung, Spezialisten und dann den allerersten. Der ist der Beste von allen, aber der wird glaube ich bald genervt, das Gefühl. Meinst du? Weil... Der kann halt den Reviven, den Medic... Ja. Der gibt dir Rüstung, der gibt Munition... Und der ist viel zu stark. Aber dafür finde ich, spielt ihn gar nicht so viel. Kommt der Heli schon? Links? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab keinen MP5 ausgedrückt. Lauf. Lauf. Da musst du auch ein bisschen mit Abstand fliegen. So komm ich mit der Kennen nicht dran. Dann fliegen wir uns raus, dann müssen wir rum. Unter uns ein Bolt. Der Bolt ist weg. So. Jetzt halt die Imperium. Ja, genau. Wir müssen... Wir müssen ein bisschen höher pflegen, dann sehe ich nix. Das ist auch noch. Ja, du bist zu tief. Da kann ich doch reinballern direkt. Okay, 30 Minuten hast du noch auf Range mit uns. Dann haben wir uns den Schuss. Auf Range, dann nicht. Da kommt noch ein Apache. Lass ihn mal zusammen holen. Versteht ihr den Schuss? Häh? Er ist schon laut, das liegt hinter euch. Ja. Ja. Ja, ich hol den schon. Ja, ich hol den schon. Mann. Mann. Ja. Jedenfalls muss man irgendwo auf der Wiese noch etwas legen, oder? Ich kann das Ziel einfach von außen rein nehmen Ich habe die Auspray Ich bin hier auch Welche abgesprungen Mein kill, mein kill, nein Auf der Brücke ist glaube ich die AA oder so Ich weiß nicht wo es ist Die AA kann ich nichts Da kommt ein Bolt unten Ich kann euch nicht Das ist okay. Ah, soo. Geh mal mit, wir snabbeln auf den Boden. Oh shit, wie ist das Knabbel? Ähm, vor dem Toss, was wir eben immer genommen haben. Äh, war das denn? A1, V1. A1, V1, 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 V1. Stop für verlieren. A1. Warte mal, mach ich. Ich mach dir. Was ist das? Wo ist der Schneider gekommen? Ich wollte auch meine Kiste haben, warte, nicht dass du sie auf den Kopf kriegst. Ranger ist platt, hier kannst du dich aufladen. Er ist kaputt. Er hat auch meine Kiste kaputt gemacht. Deine erste Runde, welches ist oder was? Jo. Das ist später oder nicht das Spiel? Ja nö. Komm. Was? Ne, ne hab ich nicht. Welche Waffe hast du in die Hände? Ne. Was? Ne, ne hab ich nicht. Welche Waffe hast du in die Hände? Ne. 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 Ne... Ne. Boah, alter heute wieder waren da. Kannst du mich wieder beleben mit E? Ich habe einen Knall, jetzt eine Pistole. Da machst du so viele Punkte. Okay, den Reviven alleine schon und den Handspritzen. Genau, einmal schön anspritzen. Ja, ich bin schon sicher. Alle, 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 alle! austriker holt schießt er noch mich er rollt im a1 ich bin unter dir Der ist halt immer. Ja. Wurde gehackt. Was? Oh nein. Oh, fuck it. Ach, da liegt auch noch einer. Ja, das ist alles voll wie für ein Nate rein, am besten. Ja, hab ich, aber ich bin schon tot. Oh, Diktok. Heftig, ja. Oh, fuck it. Da sind noch einige an der Fahne. Deck ist Clio, muss mal rein. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Stay alive! Let's go. Warum geht denn die Fahne überhaupt wieder weg? Verstehe ich nicht. Die hatten wir doch schon. Ja, damit die Schwangerschaft uns wieder zurück einzubringen. Deine Frage. Sehr schön. Den Wernst du. Long mehr Weg. Lass uns auf. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, da ist einer in dem Wirbelstummel gewesen. Also unten. Fahr mal ein bisschen näher ran. Ich warte, bis so ein Tonal weg ist. Ich krieg hier jetzt schon. Ich kann hier oben rein bleiben. Bleib mal hier, bleib mal hier. Alter, hier liegen ja überall welche. Oh, nice. Das ist nur so klein, was... ...gegen wir nicht. Alles, stop moving. ... 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